Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir einen neuen Event, ob jetzt wieder einen Teil von einem neuen Event, nämlich die Meilensteine, die müssen wir uns anschauen. Dazu haben wir noch einen neuen Gameday Tilt und noch ein paar andere Karten, die neu herauskamen, was die Start of the Month betreffen. Also los geht's in den neuen heutigen Content. Als erste Karte haben wir für 500 SS in der NHL den 86er, beziehungsweise dann auf 98 Upgrade-Bahn. Paul Stastny von den Winnipeg Jets, er ist ein Centa, 1,83 groß, 88 Kilo mit Funke, Arbeitstier, Bussing oder Verteiler, dazu noch Protektor ausgewogen, Herz und Seele oder Magier. Und am Schluss noch Schlenzer, Flügelmann oder Zonenwirbler. Die ganzen Upgrade-Fahrt geht jetzt nicht mehr einzeln durch, wie man die alle macht, wie man die an die Collectibles kommt. Schaut euch das vorige Video zum Teil 1 von den Meilensteinen an. Dann hat sich seitdem nichts geändert. So, als Fähigkeit haben wir dazu, drittes Auge, Schläger hoch, Blitzstart, kein Wettkampf und präziser Pass. Blitzstart hier leider nur in Silber, deswegen ja leichte Abturner, aber auch kein Abturner. Die Karte eigentlich rundum auf 99, außer Skating, also Beschleunigung und Tempo, kriegt man aber auch mit Synergie noch auf 98 hoch. Also auch eine rundum-perfekte Karte von Paul Starsny. Und ja, es ist eine 98er, wäre schlimm, wenn die jetzt nicht perfekt wäre. Als nächstes haben wir den Triple Gold Club Mitglied, nämlich den 6. NASCAR bzw. auch 98er Eric Stahl. Triple Gold Club heißt Stanley Cup gewonnen, goldene Medaille bei Olympia und eine goldene Medaille bei der Weltmeisterschaft. Also er ist ein Center 1,93 groß, 88 Kilo mit Arbeitstier, Flügelmann, Funke oder Hammerschuss. Dazu noch Herz und Seele, Protektor, Dieb oder Gladiator. Und Buzzing, Verteiler oder Zonewirbler. Also diese ganzen Synergien kommen wirklich nur zum Tragen, wenn ihr die Karte nicht ganz upgradet, sondern irgendwo so mittendrin lasst, wo ihr sagt, okay, ihr braucht noch einen Dieb, um eben am Phase-Off-Rating perfekt zu werden. Das ist das Einzige, was noch was bringt, ansonsten ist die Karte auch überall bei 99. Skating ist nicht ganz perfekt, aber auch hier kann man noch nachhelfen und denen zumindest auf 97 Beschleunigung und 97 Tempo bringen. Wir haben Super-Safigkeit, ein außer-Konnes-Vorbild, präziser Pass, Nahkampf, Urgewalt und kein Wettkampf. Fähigkeiten sind ja fast schon, ich meine, außer-Konnes-Vorbild, die Meister haben jetzt eher 99 Ausdauer, von dem her ist es schon fast sinnlos, jetzt das einzusetzen, gerade im jetzigen Stand vom Spiel. Wenn ihr viele Team of the Year, Team of the Season oder maximierte X-Faktor drin habt, wird es eh nicht zum Tragen kommen. Präziser Pass war ich noch nie ein Fan davon, Nahkampf und Urgewalt, ich meine, er ist 1,93 groß, soll jetzt auch nicht sein Problem werden. Keinen Wettkampf kann man ja allerdings anmachen, auch hier die Karte rund um eben bei 99. Der dritte im Bunde ist von den Columbus Blue Jackets, von 1000 NHL-Spielern, mal den 86er, daneben auch 98er Jakob Boracek. Ein rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 97 Kilo, mit Arbeitstier, Funke, Flügelmann oder Verteiler. Dazu noch Protektor, Gladiator, Herz und Seele oder Ausgewogen. Magier, Hammerschuss und Bassing, Superstar-Fähigkeiten, mal Puck am Faden, Eile mit Weile, präziser Pass, drittes Auge und auch hier die Urgewalt, aber in Gold. Auch von den Synergien, von den Fähigkeiten nichts dabei, was ich jetzt unbedingt anmachen würde. Auch die Karte rund um bei 99, auch Skating kriegt man auf 99 dann dementsprechend. Einziger kann keine Phase ausspielen, weil er nur bei 83 ist. Haben wir dann einen Dieb dabei noch? Nee, haben wir nicht. Also als Sender kann man nicht einsetzen, aber für einen rechten Flügel soll ich auch eine Endgame-Karte. Passend zum neuen Event gibt es hier auch wieder Austausch-Sets, wo man Team of the Week und Prime-Them-Spiele eintauschen kann und dafür Power-Up-Collectibles bekommt. Vielleicht welche, die jetzt neu angefangen haben erst oder sich durch den EA Play zum NHL gestoßen, die können vielleicht interessant sein. Also falls ihr irgendeinen X-Faktor aus eurem Wahlpaket habt und den noch upgraden müsst, könnt ihr zum Beispiel für einen 86er, kriegt ihr drei Power-Up-Collectibles, erleichtert den Aufbau von den X-Faktor-Karten ein bisschen, wobei jetzt ganz ehrlich nicht mehr mit X-Faktor anfangen würde, sondern mir dann lieber die Primetime-Karten oder sowas direkt kaufen würde. Aber das ist hier auf jeden Fall eine Wegemöglichkeit, um noch an Power-Up-Collectibles zu kommen. Dann haben wir noch weitere Meilenstein-Karten. Einmal haben wir den 94er Rod Gilbert von den New York Rangers Alumni für 1000 NHL-Punkte, die er 1996 und 1997 vervollständigt hat. Er ist ein linker Flügelspieler, 1,75 groß, 82 Kilo mit Flügelmann oder Arbeitsziel, dazu noch Verteiler oder nichts mehr. Wir haben Puck am Faden, Schnapp-Schnapp und Nahkampf. Nahkampf würde ich hier definitiv anmachen, weil er eben doch nicht der Größte ist. Problem ist halt nur für den 94er, gerade nur 89, bestreuen 99 Tempo. Auch die anderen Scathing-Werte noch bei 90. Nicht wirklich eine brauchbare Karte, weil er einfach für die Größe, was er hat, zu langsam ist. Ebenfalls 1000 NHL-Punkte, allerdings schon 10 Jahre früher, da reden wir von 86, 87. Haben wir von New York Islanders Alumni, den 95er Dennis Potvin, ein rechter Verteidiger. 1,83 groß, 93 Kilo, ebenfalls hier Funke, Arbeitsziel und Verteiler. Dazu noch Wärmesuche, Donnerschlag und kein Wettkampf, würde ich hier auch keinen Wettkampf anmachen. Alle Werte im 90er-Bereich, sogar im hohen 90er-Bereich auf dem Skaten, auch nur bei 88 Beschleunigung, 89 Tempo. Kann man auf 90 und 91 pushen, auch leichter Abturner eben, auch weil er eben kein 2-Meter-Monster ist. Als drittes haben wir den 96er Mazzundin von den Toronto Maple Leafs Alumni für 500 NHL-Tore im Jahr 2006-2007. Er ist ein Center, 1,96 groß, 105 Kilo, mit so einem Wirbel oder Arbeitstier, dazu noch bombardiert, Donnerschlag, Urgewalt und Eile mit Weile. Auch hier würde ich nichts wissen, was ich hier anmachen würde. Auch vom Skaten nicht der schnellste, mit 90 Beschleunigung, 92 Tempo, kann man auf 92 dann pushen dementsprechend oder auf 94 Tempo. Allerdings bei der Größe fast 2 Meter, 99 am Face-Off, super Center-Option. Schuss ist im hohen 90er-Bereich, Handy im hohen 90er-Bereich, also der hier ist eine gute Wahl. Dann haben wir anlässlich des Spiels Carolina Hurricanes gegen Nurgrangers, wieder neue Gameday-Tilt-Karten. Die Karten steigen bei jedem Punkt, was wir machen, also Tor, Vorlage, aber auch bei jedem Schuss, bei jedem Check, bei jedem Block. Da steigen diese Karten anvermacht von der Carolina, haben wir den 92er-Tippo-Terra-Weinen. Ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 87 Kilo mit Hammerschuss oder Magier, dazu noch Gladiator oder Protektor. Wir haben ein drittes Auge, Kreisel und Pritzender Pass, kann man hier schon fast den Kreisel machen. Auch hier 94 Bestellung, 94 Tempo, Balance nur bei 88, auch leichte Abturner, kann man zumindest auf 90 noch pushen. Schuss im 90er-Bereich, Handy sogar im hohen 90er-Bereich, Bodychecken fehlt es hier ein bisschen. Dafür die Synergie-Kombo genau richtig und da, der könnte auch noch gut werden, wenn die, wenn, er muss nicht mal Carolina gewinnen, aber da, wenn er ein bisschen performt, dann kann die Karte noch richtig gut werden. Ein zweiter Auge von New York Rangers, der 92er Frank Vatrano, ein linker Flügelspieler, ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 89 Kilo mit Funke der Arbeit, hier dazu noch Knipser oder Bombardiert, Scharfschütze, Wärmesuche und Nahkampf, das ich hier auch anmachen würde, im Prinzip eigentlich ziemlich die gleichen Karten. Er hat ein bisschen höheres Bodychecken, ist dafür einen Tick langsamer, also muss man abwarten, wie die Karten sich entwickeln, je nachdem, wie sie im Spiel performen. Dann haben wir noch neue Star-of-the-Month-Karten, wo eigentlich, so war es eigentlich anfangs geplant, jetzt haben wir es auch wieder, wo die europäischen Stars des Monats gewürdigt würden, zwischendurch, jetzt ist es mal ganz immer abgedriftet, jetzt haben wir wieder europäische Stars, Anfang macht von Röckle, BK, der 96er Christopher Riefalk, ein Goalie, 1,88 groß, 85 Kilo, mit Funke der Arbeitstier, wieder zu Verteiler, Bussing, bringt natürlich gar nichts, Superstar-Fähigkeit, dann mal leichte Arbeit, Röntgenstrahl- und Trinkgeldose, dazu noch die goldenen Pfosten, was sehr nice ist, ja, an sich eine gute Karte, gute Werte, auch mit goldenen Pfosten, Pfosten, sehr schön, mir wäre halt ein Goalie mit 1,95 mit goldenen Pfosten, Pfosten, lieber als einer mit 1,88, aber an sich hier ist man mit dem gut aufgehoben. Der finnische Vertreter ist der 96er Markus Numiv aus TPS, ein linker Flügelstürmer, 1,96 groß, 89 Kilo, mit Sonnenwirbel oder Arbeitstier, dazu noch Bussing oder Gladiator, Spino-Rama von 2-Meter-Kerl, klingt interessant, kein Wettkampf, Urgewalt und Scharfschütze, kommen im Scaling zumindest auf 94 Bestellung, 93 Tempo, also für die Größe echt beachtenswert, Schuss im hohen 90er Bereich, genau, ich kann bei 2,90, Hände sind fast perfekt, der Defensiv ist natürlich fast perfekt, also ordentlich super, gerade von Markus Numiv. Dann nochmal von der Düsseldorfer EG den 96er Daniel Fischbuch, ein linker Flügelspieler, 1,80 groß, 81 Kilo, mit Schlenz oder Hammerschuss, dazu noch Verteiler oder Gladiator, wir haben Kreiselräder, magnetischen auf die Knöchel, können wir theoretisch eigentlich alles anmachen, ich glaube, ich würde es bei Kreisel und bei Rädern belassen, 95 Bestellung, 93 Tempo, kann man auf 95 pushen, Schuss von der Kraft perfekt, der Handgelenkschuss auch bei 97, ist sehr schön, Hände im 90er Bereich, Defensiv, mit 91 Bodychecken kann man auch so lassen, kann man auch auf 94 pushen, an sich auch eine super Karte von Fischi. Von Sparta Pragos aus der Tschechei mit dem 96er Philipp Schlappig, ein Center, 1,85 groß, 89 Kilo, Flügelmann oder Dieb, dazu noch Buzzing oder Herz und Seele, wir haben Puck am Faden, Schockmethode, drittes Auge und Kreisel, aber mit 85 am Face-Off und dem 96er Karte auch wieder leichter Abturner, kann man dann zumindest auf 90, auf 93 am Face-Off pushen, dann würde ich noch am Center einsetzen, mit den Fähigkeiten, so welchen er im Flügel einsetzen, mit 94 Beschleunigung, 93 Tempo, Schuss von der Kraft her perfekt, Genauigkeit im 90er Bereich, Defensiv und auch die Hände, alles im 90er Bereich, damit auch seine Team of the Season gestiegen auf 96, ich glaube, die war noch bei 93, das war so ein ganz schöner Sprung gemacht, ging allerdings voller mir vorbei, dass der hier eine Team of the Season Karte hat. Von den ZSC Lions haben wir den 96er Maxim Nourou, ein linker Verteidiger, 1,80 groß, 89 Kilo, mit Arbeitsziel oder Funke, dazu noch Verteiler oder Buzzing, mit Shutdown, präziser Pass, Schick schon und OneT, OneT kann man ja auch anmachen, genauso wie den Shutdown, 92 Beschleunigung, 93 Tempo, kann man dann auch pushen auf 94 und 95, Schuss im 90er Bereich, Hände sind fast perfekt, Bodychecken auch bei 97, was gerade bei so doch kleineren Verteidiger recht gut ist, also an sich eine echt gute Karte von Maxi Nourou. Abschluss macht von Hydro, Feehifar, AV19, der 96er Janos Hari, ein rechter Flügelspieler, 1,75 groß, 77 Kilo, mit Arbeitsziel oder Funke, dazu noch Verteiler oder Zonenwirbler, aber man merkt, das geht alles nur auf Skating mittlerweile, weil da müssen, da haben die meisten noch irgendein Defizit drin, wir haben Kreisel, Urgewalt, Puck am Faden und Räder in Gold, also Urgewalt würde ich jetzt zwingend anmachen, alles anders so kann, aber muss nicht, 93 Beschleunigung, 94 Tempo, Schuss im hohen 90er Bereich, beziehungsweise Schuss im 90er Bereich, Hände auch fast perfekt, defensiv brauchbar, gute Karte, Problem ist halt eben all die Größe und das geringe Körpergewicht, allerdings kommen wir mit dem Body Checker sogar auf den 99er, also auch eine lustige Karte, 96 Tempo, 95 Beschleunigung kann man auch brauchen in den Kollegen. Dann noch ein Nachtrag zum Team der Woche, da hatten wir die Undrafted Heroes, also Spieler, die nicht gedraftet worden sind, aber es trotzdem in die NHL und teilweise wirklich erfolgreich in die NHL geschafft haben, da gucken wir uns auch noch die drei Besten an, die wir hier bekommen haben. Zum einen haben wir von den Detroit Red Wings den 94er Adam Oates, ein Center, 1,80 groß, 86 Kilo, mit Schlenzer oder Verteiler, also noch Funke, Silber der Blitzstart und präziser Pass. Um Skating sind wir bei 90 Beschleunigung, 91 Tempo, kann man auch pushen auf 92 und 93, Schuss im 90er Bereich, Hände im 90er Bereich, passen und Puckern oder ist fast perfekt, oder ist perfekt. Und auch 99 Phase-Off-Rating und so mit dem Blitzstart, das war so eine Must-Have-Karte im letzten Spiel, da mussten den Bronze- und den Silberheld jeder haben. Auch hier eine gute Empfehlung, gerade für die doch noch neue Einsteiger nach Adam Oates Ausschau zu halten. Von den Calgary Flames Alumni haben wir den 95er Martin St. Louis, ein rechter Flügelspieler, 1,73 groß, 82 Kilo, mit Knipser oder Hammerschuss, noch Gladiator, Kreisel und Scharfschütze. 95 Beschleunigung, 95 Tempo, Schuss im hohen 90er Bereich, Hände fast perfekt, Bodychecken auf 89, kann man auch sogar auf 95 hoch pushen, also auch eine super Karte von Martin St. Louis. Dementsprechend sind die Icons-Karten auch upgradbar, natürlich auf 94 beziehungsweise 95. Genauso wie vom 95er Boyes Salming von den Toronto Maple Leafs, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 95 Kilo, mit Bombardier oder Flügelmann, dazu noch Buzzing, Kreisel und Schläger hoch, Schläger hoch kann man ja anmachen, Kreisel würde ich eher für Stürmer lassen. 93 Beschleunigung, 93 Tempo, auch das hier pushbar, theoretisch auch 95, Beschleunigung und 94 Tempo, Schuss im 90er Bereich, Hände auch fast perfekt, also gute Karte von Boyes Salming, so eine gute Mischung aus so einem ganz großen und einem ganz kleinen Verteidiger, kann man es sicherlich einsetzen. Abschluss mal von den Chicago Blackhawks, der 99er Karatemi Panarin, ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 76 Kilo, mit Schlenzer oder Knipser, dazu noch Magier, auf die Knöchel und Scharfschütze, auch hier alles natürlich bei 99, außer Facehaw, da hat auch keine Synergie mit dabei, also das kann ich spielen, aber eine super Karte und damit auch so eine Team of the Season, gestiegen auf 99. Und dann nochmal der Hinweis, mich hat es heute gewundert, ich habe heute gegen einen Hoodchamps gespielt, der hatte die 99er X-Faktor-Karte von Artemi Panarin, wo ich gewundert habe, warum man die dann einfach bei 97 schon eingetauscht hat, für die Team of the Season Variante, allein wegen den ganzen Synergien, die man dann dreifach bekommt, also der Tausch von den ganzen X-Faktor-Karten ab einem bestimmten Punkt eben zur Team of the Season natürlich weiterhin möglich, also ich habe jetzt ja auch noch vor kurzem bei den Lady Flames noch einen geupgradet, das kann man natürlich immer noch im Nachhinein auch machen, die Sets dann nicht raus, würde ich bei den meisten Fällen, bei der Paar waren die Synergien beziehungsweise die Fähigkeit, die man dazu bekommt, dann schlechter als die X-Faktor-Karte, aber allein wegen den Synergien und eben weil man nicht ganz bis 99 upgraden muss, kann ich natürlich immer noch empfehlen, diese ganzen Sets noch im Nachgang auch noch zuzumachen. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angekommen, was mich mal interessieren würde, wer spielt eigentlich noch? Also ich habe heute mit den Ladies Hoodchamps gespielt und ich hatte irgendwie nur unbekannte Gegner, ich denke mal, dass die, wo jetzt im EA Play sind und dann vielleicht sich in Division 5 eingereiht haben, jetzt in den zwei Wochen schon mittlerweile die Hoodchamps ins Punkt, jetzt haben wir im Soka es mir nur erklärt, weil jetzt irgendwie viele Unbekannte getroffen bin, da gerne mal dazu schreiben, ob ihr neu seid, gerade die alten Hasen, die meisten von euch kenne ich ja, ob ihr überhaupt noch spielt oder ob ihr euch jetzt mittlerweile schon anderen Themen widmet oder das würde mich mal echt interessieren, wer jetzt hier eigentlich noch dabei ist, auch das Spiel regelmäßig zu spielen. Ich spiele extra nur noch bei den Lady Flames gerade mit, weil auf meinem Hauptaccount hier, ich selbst einer von diesen Meisterhelden, klar, mich hätte der Corey Perry gereizt, mich hätte auch jetzt der Eric Stahl gereizt, aber die würden sich alle mal eine vierte Reihe einreihen, haben kaum Eiszeit, also sehe ich auch, wenn ich die jetzt direkt zwei Spieler machen könnte, ich habe immer noch auf dem rechtschießenden Verteidiger, dass ich da mal hier umbauen kann, aber da haben wir jetzt schon seit, der Patriot hat mich nicht gereizt, von dem her habe ich das gar nicht gemacht seitdem, aber das ist so das Einzige, was ich hier noch machen kann, und gerade bei den Lady Flames gehen doch noch ein paar Karten hoch, vorhin habe ich noch meinen Stamp-Kurs auf 96 hochgebracht, da werde ich jetzt dann auch nach dem Hood Champions dann versuchen, den noch auf Team of the Season einzutauschen, aber sonst gibt es für mich nichts mehr groß zu erledigen, deswegen spiele ich lieber auf meinem zweiten Account, meinem Free-to-Play-Account und habe da zumindest noch ein bisschen Ansporn, was zu erreichen, also ich meine, das ist alles viel zu früh, das habe ich schon so oft gesagt jetzt, ist, dass es viel zu früh ist mit den ganzen 99er, da muss ich mir auch wieder das FIFA als Vorbild nehmen, da kam jetzt glaube ich ein 96er, 97er sind die da gerade, also hätte ich hier mehr begrüßt, jetzt können eigentlich die Spieler in echt können machen, was sie wollen, es kommt immer wieder eine neue 99er-Karte raus, aber das ändert am Gesamtbild ja nichts, also ja, gut, aber schreibt mal dazu, wer überhaupt noch spielt, Daumen hoch, wer noch spielt und dann sehen wir uns die Tage wieder und immer daran denken, Kanal liken, abonnieren, auch danke nochmal an die ganzen neuen Follower, die dazu kamen und dann ist es natürlich sauber bleiben, nur so schaut es aus.